Heute schauen wir uns mal wichtige Bitcoin-On-Chain- und Akkumulationsdaten an, da die Stimmung ja wieder deutlich positiver wird. Außerdem sprechen wir über die größten Änderungen, wenn es um das Thema Werbung und Google-Kryptoseitig geht. Und am Ende beantworte ich noch eure Fragen aus dem Community-Post von gestern, von daher bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dabei. Mein Name ist Phil und selbstverständlich beginnen wir auch heute erst einmal mit der aktuellen Marktlage. Du hast es sicherlich mitbekommen, wir haben gesamtmarktseitig wieder ein ziemlich positives Bild. Ein Plus von 1,29% zum Beispiel, wenn es um die Gesamtmarktkapitalisierung geht. Oder eben auch Bitcoin-seitig sieht es nochmal ein bisschen besser aus. 42.400 US-Dollar haben wir zum Zeitpunkt der Aufnahme, gerade auf dem Tacho, ein Plus von 1,63%. Den meisten Altcoins geht es ebenfalls sehr, sehr gut. Das kann sich also durchaus sehen lassen. Und dazu gucken wir uns mal ein paar spannende Akkumulationsdaten an. Starten wir direkt mit den Daten von IntoTheBlock. Hier ist in blau eingezeichnet, wie sich die Adressen bzw. Bitcoin-Wahle, die mindestens 1.000 BTC halten, dazu entschieden haben, deutlich stärker zu akkumulieren. Der Graph stieg in den letzten Wochen kontinuierlich an, vor allem nachdem der Bitcoin-Preis ja von 49.000 US-Dollar circa auf unter 40.000 US-Dollar gefallen ist. Das war so der Startpunkt, wo es dann richtig bergauf ging. Und gerade nachdem der Bitcoin sich dann eben wieder gefangen hat und teilweise eben auch die 40.000 US-Dollar zurückerhobert hat, wie zum jetzigen Zeitpunkt, hat aber die Akkumulation erst einmal nicht aufgehört. Sie erwarten wohl also auch in der nächsten Zeit eine weitere Preissteigerung und werden deswegen wohl auch erst einmal nicht unbedingt damit aufhören, ihre Bestände weiter aufzufüllen. Anders sieht es dagegen aus bei den Adressen, die zwischen 1.000 und 1.000 BTC zum jetzigen Zeitpunkt halten. Hier sehen wir ganz klar nach einem wunderbaren Anstieg eben auch eine kleine Kapitulation, würde ich sagen. Einige Bestände wurden wiederum abgestoßen, nachdem eben der Preis nicht so stark gestiegen ist, wie die Investoren es erwartet haben. Es war eine natürliche Bereinigung. Es waren sehr, sehr viele zittrige Hände, die sich eben mittlerweile nicht mehr im Markt befinden. Und das gehört nun mal zyklisch auch immer wieder dazu. Und wir sehen eben auch, dass der Open Interest vor allem in den letzten Tagen ein bisschen rückläufig war. Das könnte so ein bisschen ein Zeichen für die anhaltende schlechte Marktstimmung sein, wobei sich die ja mittlerweile wieder etwas gedreht hat. Wir sehen also ganz klar, dass sich der Markt einfach sehr dynamisch weiterentwickelt und dass wir unsere langfristige Perspektive einfach aufrechterhalten sollten. Und genau deswegen macht es sicherlich Sinn, dass du über den ersten Link in der Videobeschreibung mal auf Bitwavo vorbeischaust. Hier bekommst du nicht nur 10 Euro geschenkt. Auf die ersten 10.000 Euro Volumen musst du keine Gebühren zahlen. Du kannst einen Krypto-Sparplan erstellen und selbstverständlich eben auch passives Einkommen aufbauen. Über Staking und Blending, Story Reports stehen auch bereit. All das auf einer regulierten Plattform. Von daher melde dich nun über den ersten Link in der Videobeschreibung an. Wie angesprochen gibt es aber eben auch weitere Google-seitige positive Veränderungen. Ab morgen, dem 29. Januar, ist es nämlich so, dass Google seine Richtlinie in Bezug auf Werbung für Kryptowährungsprodukte anpassen wird. Und dir ist sicherlich nicht ganz klar, wie viele Suchanfragen Google eigentlich heute verarbeitet. Deswegen hier einmal eine Grafik, um das besser zu verstehen. Sie können pro Sekunde 99.000 Suchanfragen verarbeiten. Und damit kommen sie immerhin auf einen gewaltigen Wert von 8,55 Milliarden Suchanfragen, die sie pro Tag verarbeiten. Das Interesse ist also gigantisch. Google spielt einfach in unserem Leben eine absolut entscheidende Rolle. Und dadurch, dass sich eben nun Google dazu entscheidet, diese Richtlinie anzupassen, gibt es eben auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel auch die Bitcoin ETFs nun beworben werden können. Nachdem ja die größten Vermögensverwalter der Welt sich dazu entschieden haben, diese Produkte online zu bringen und die SEC selbstverständlich dort eben auch eine entscheidende Rolle mitgespielt hat, gibt es nun eben einen ganz klaren Weg und eine ganz klare Tendenz. Und zwar geht es um Werbung. Es geht um Sichtbarkeit. Diese Vermögensverwalter machen das ja nicht aus Langeweile, sondern sie wollen Geld verdienen. Und Geld verdient man vor allem dadurch, dass man neue Kunden dazu bekommt, eben in ein bestimmtes Produkt zu investieren. Und dafür ist Google Werbung natürlich auch absolut relevant. Vor allem in den letzten Wochen gab es einen kleinen Anstieg, nachdem das Thema mit den ETFs wirklich in aller Munde war. Das können wir sehr gut nachvollziehen, aber dennoch befinden wir uns nicht annähernd auf dem Niveau, was wir 2021 gesehen haben. Und nun steigt also quasi die Hoffnung von verschiedenen Analysten, dass mit der Änderung der Richtlinien Google-seitig nun eben mehr Menschen wieder auf das Thema Bitcoin und Co. aufmerksam werden könnten, wodurch als neues und frisches Kapital in den Markt fließt und wir eben auch eine entsprechende weitere Preissteigerung sehen können. Es wird also sehr, sehr spannend sein, dieses Thema hier mit zu beobachten. Und soweit es hierzu Informationen gibt, werde ich dich selbstverständlich sowohl in Form von täglichen Videos weiterhin updaten. Von daher macht es an der Stelle schon mal direkt Sinn, ein Abo dazulassen. Oder alternativ kannst du natürlich auch gerne auf X vorbeischauen. Hier poste ich im Laufe des Tages immer wieder neue kryptorelevante Themen. Von daher guck da auch gerne mal vorbei. Zu guter Letzt möchte ich, wie gerade schon angekündigt, eben auch die Fragen von euch beantworten. Ich habe dazu gestern im Community-Tab-Bereich eine Umfrage gestartet und es gab eben auch eine rege Beteiligung. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob es solche Fragerunden regelmäßiger geben soll. Und wir starten mal direkt mit der allerersten Frage. Und zwar kommt die von Stullen an. Und Stullen-Andi ist nun seit sechs Monaten dabei und hat gute Gewinne umgesetzt. Das freut mich auf jeden Fall. Und er fragt eben, ob es sinnvoll ist, sich einen Ledger zu organisieren. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich meistens damit beantworten kann, dass du dir die Frage stellen solltest, sind es Bestände, die du heute hast und verwaltest, die dir wehtun würden, wären sie von heute auf morgen weg? Ist das eine Frage, die du mit Ja beantworten kannst? Dann solltest du dir unbedingt das Thema Self-Custody mal ansehen. Ich habe dir auch mal eine Anleitung von mir mit oben verlinkt, die du dir dazu angucken kannst. Und man sollte dabei eben auch immer bedenken, dass natürlich Exchanges und so weiter, wo diese Bestände normalerweise ja liegen, von heute auf morgen ja durchaus nicht mehr verfügbar sein können. Sie könnten theoretisch sich dazu entscheiden, einfach Funktionalitäten abzuschalten. Und genau diese Themen umgeht man einfach in dem Moment, wo man sich mit dem Thema Self-Custody beschäftigt. Und die zweite Frage kommt von Markus. Er ist mittlerweile seit einem Jahr bei Binance unterwegs und möchte nun Kryptowährungen verkaufen. Und stellt sich dabei die Frage, ob Kryptowährungen in Stablecoins umgetauscht werden sollten und dann in Fiat oder ob es vielleicht eine andere Methode gibt. Wichtig ist dabei erstmal zu verstehen, ich bin kein Steuerberater. Ich kann keine Beratung anbieten und gebe hier auch keine rechtsverbindlichen Aussagen oder beziehungsweise Anweisungen. Ich habe mir aber mal die Mühe gemacht und einen Artikel auf Bitcoin2Go eben rausgesucht von Philipp Hornung. Der ist nämlich bei CryptoTaxLawyer unterwegs und hat hier eben diesen Beitrag veröffentlicht. Und hier gibt es den Bereich Konvertieren von Kryptowährungen in Stablecoins. Ich verlinke dir das auch gerne mal unten in der Videobeschreibung. Da schreibt er nämlich, wenn du andere Kryptowährungen in Stablecoins tauschst, stellt dies ebenfalls ein steuerbares Ereignis dar. Dies würde übrigens auch gelten, wenn du eine oder deine Kryptowährung gegen andere Kryptowährungen tauscht, wie etwa beim Handelspaar BTC und ETH. Und dann geht er unten in dem Bereich Fazit nochmal darauf ein. Stablecoins sind ein wesentlicher Bestandteil des Krypto-Ökosystems und erfordern eine klare Besteuerung. Nach geltendem Recht werden sie wie andere Kryptowährungen behandelt. Gewinne aus dem Verkauf von Stablecoins sind also nach zwölf Monaten steuerfrei und mit einem Freibetrag von 600 Euro zu behaften. Außerdem schrieb er, steuerbare Ereignisse umfassen den Handel, Stablecoin-Zahlungen und den Umtausch von Kryptowährungen. Guck dir diesen Artikel gerne mal unten an und ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet. Die dritte Frage kommt von Patrick und aus seiner Perspektive ist es eine Anfängerfrage, das sehe ich nicht unbedingt so. Es ist eine extrem wichtige Frage. Es geht nämlich darum, Sicherheit bei Transaktionen zu bekommen. Was gibt es also dabei zu beachten? Für mich gilt, Testtransaktionen sind einfach das A und O bei dieser Thematik. Man sollte kontinuierlich und regelmäßig Testtransaktionen durchführen. Das ist nicht so sinnvoll bei BTC und ETH, aber das funktioniert natürlich sehr, sehr gut bei Altcoins wie XRP und anderen Kryptowährungen, die einfach extrem schnell und extrem günstig diese Transaktionen durchführen. Damit bekommt man ein gutes Gefühl für die Benutzeroberfläche und weiß dann nach einigen Tagen sehr, sehr gut Bescheid, wie man da am besten umgeht. Außerdem bietet es sich an, gerade bei Transaktionen, wenn man die Empfängeradresse eben rauskopiert, diese anschließend nochmal komplett durchzuchecken. Wir sind alle häufig sehr, sehr schnell und aktiv unterwegs und vergessen dann eben die wirklich wichtigen Punkte. Denn in dem Moment, wo die Adresse dann vielleicht an irgendeiner Stelle doch falsch sein sollte, bekommen wir unser Kapital in der Regel nicht mehr zurück. Deswegen nehmt euch unbedingt die Zeit und prüft die Adresse Zeichen für Zeichen durch, bis ihr tatsächlich eben die erste Transaktion durchführt. Und ein wichtiger weiterer Tipp, bitte führt auch hier wieder eine Testtransaktion durch. Habt ihr das vielleicht schon 100 oder 1000 Mal gemacht und ihr seid euch absolut sicher, dass ihr das wirklich könnt, würde ich trotzdem eine Testtransaktion eben empfehlen. Das gilt auch heute immer noch für mich. Ich bin seit 2017 dabei und schicke vorher auch erstmal 1 bis 2 Dollar eben los, um zu gucken, ob wirklich alles reibungslos funktioniert. Ich verliere ehrlicherweise lieber einmal 50 US Dollar, als dann später 1000 oder eben noch mehr. Das tut dann doch richtig weh. Und gerade wenn die Transaktion dann abgeschickt ist, ist es in der Regel so, dass du eine sogenannte Transaction ID, also TX ID bekommst. Die kannst du dann zum Beispiel über den jeweiligen Explorer der Blockchain mal abtippen bzw. eingeben. Teilweise gibt es auch Hyperlinks, da kannst du dann einfach direkt auf die Transaktions-ID raufklicken und dann siehst du eben, wie gerade der Prozess aussieht. Ist die Transaktion zum Teil vielleicht schon bestätigt? Wie sieht es gerade aus? Wie hoch waren die Gebühren? Und so weiter. Und in der Regel ist es dann eben auch so, dass sowohl die Exchanges als auch die Wallets dir automatisch nach einer bestimmten Zeit die Transaktion ankündigen. Du kannst also dadurch schon verifizieren, dass alles richtig gelaufen ist und damit kannst du dich dann eigentlich schon entspannt zurücklehnen. Die vierte und letzte Frage bei dieser Fragerunde kommt von Sebastian und dabei geht es um die ETH-Genehmigung und wie viele Bestände Grayscale zum jetzigen Zeitpunkt hält bzw. wie viele verkaufen werden. Erst einmal wissen wir, dass Grayscale zum jetzigen Zeitpunkt in ihrem Produkt knapp 6,6 Milliarden US Dollar hält bzw. verwaltet. Und sollte es dazu kommen, dass die ETH-Spot-ETFs wirklich durchgewunken werden und sollte es ebenfalls dazu kommen, dass Grayscale sich dazu entscheidet, hier ebenfalls 1,5% an Gebühren aufzurufen und alle anderen Produkte aber deutlich, deutlich günstiger sind, dann wird es selbstverständlich zu einem entsprechenden Umschichten kommen. Das Kapital würde dann also aus diesem Grayscale-ETH-Spot-ETF umgeschichtet werden zu BlackRock Fidelity und den anderen. Und langfristig bin ich auch hier wieder sehr positiv eingestellt. Meiner Meinung nach kann so eben aus dem traditionellen Finanzwesen Geld und Liquidität in den Bereich fließen. Bestände würden aus der Circulation Supply eben abfließen. Wir hätten eine Verknappung und diese Verknappung kann eben vor allem langfristig einen Impact auf den Preis haben. Wir haben außerdem Sichtbarkeit für diese Produkte. Wir haben in gewisser Weise auch eine Legitimierung. All das sind für mich sehr positive Aspekte. Außerdem darf man dabei nicht vergessen, dass diese großen Banken, diese großen Vermögensverwalter und Co. sich nicht mehr davon abhalten lassen werden, in diesem Bereich zu starten. Das haben wir nicht unter Kontrolle und wir sollten das Beste aus der Situation machen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich die Stimmung Bitcoin-seitig wieder etwas verbessert hat. Wir sehen außerdem, dass die Akkumulation von größeren Wallets wieder voranschreitet und wir bekommen eben auch mit, dass Google seine Richtlinien verändert und das ebenfalls einen positiven Impact auf Bitcoin und Co. haben kann. Parallel dazu haben wir mal vier wichtige Fragen aus der Community beantwortet und auch hierzu würde mich natürlich interessieren, wie dir dieses Format gefallen hat und ob ich das in Zukunft häufiger machen sollte. Deswegen schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Wenn du mich dann noch unterstützen möchtest, dann guck gerne mal unten in die Videobeschreibung. Hier gibt es verschiedene Links, die dich interessieren könnten, unter anderem Handelsplattformen, aber eben auch X oder die Telegram-Gruppe. Hier sind mittlerweile über 300 Mitglieder online, die sich aktiv zum Thema Bitcoin und Co. austauschen. Von daher checkt die Gruppe gerne mal ab. Ansonsten hoffe ich natürlich aber auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Morgen geht es dann weiter mit dem nächsten spannenden Video. Ich freue mich auf dich, hab noch einen wunderbaren Tag und dann sehen und hören wir uns morgen wieder.